Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute habe ich die Weekend League Rewards der letzten Woche, da bin ich ja mit einem 40-0 auf Platz 4 gelandet, aber bevor ich die Rewards öffne, habe ich die Woche ja auch die LaLiga TOTS SBCs abgeschlossen, insgesamt vier Stück, zwei auf Xbox und zwei auf Playstation und dort hatte ich auf jeden Fall auch zumindest einen coolen Pull und den will ich euch natürlich nicht vorenthalten und dementsprechend werde ich euch jetzt erstmal die vier LaLiga TOTS SBC Packs zeigen und danach machen wir direkt weiter mit den Rewards, let's go! So ich muss jetzt dazu sagen, dass leider die Aufnahme gemutet ist, zumindest von den zwei Packs auf der Playstation, dementsprechend lasse ich das jetzt hier laufen, ihr seht es auch schon, die zwei Packs sind da, LaLiga Team der Season Spiele, einmal von Dienstag und einmal von Sonntag habe ich mir beide aufbewahrt und dann hatte ich den Stream geöffnet, hatte eigentlich die Musik ausgeschaltet, aber trotzdem wurde es gemutet und jetzt guckt euch an, im ersten Pack, was drinne war, Spanien Flagge, Innenverteidiger, Real Madrid und es ist Sergio Ramos, ein sehr, sehr cooler Pull, wie ich finde, ich habe zwar den Totti Ramos, aber ich teste aktuell den Team of the Season Ramos, ob der es auch tut und wenn ja, dann würde ich den Team of the Year auf jeden Fall verkaufen und dann hätte ich auf jeden Fall ein paar Coins gespart und dementsprechend mega froh über diesen Pull gewesen und ja, Twitch hatte irgendwie die Aufnahme gemutet, obwohl ich keine Musik bei den Packs im Hintergrund laufen lassen hatte. Keine Ahnung, ob man das irgendwie noch im Nachhinein ändern konnte, aber nichtsdestotrotz habe ich es jetzt einfach so gemacht, dass ich halt drüber kommentiere und das ist ja auch nur bei dem Playsi Pack so gewesen. Auf der Xbox ist es dann wieder gleich mit Live Commentary, Freunde. Und jetzt das zweite Pack auf der Playsi, es geht auf! Wieder Spanien, LF, Aspas. Okay, ist jetzt nicht so krass, aber ist immerhin ein 93er und falls ich irgendwie wieder für eine SPC einen High-Rated Touchspieler brauche, kann ich den natürlich abgeben, weil Aspas ist jetzt nicht der Spieler, den ich unbedingt haben will und ich würde sagen, ab jetzt kriegt ihr dann wieder das Live Commentary von den zwei Packs auf der Xbox und danach geht es weiter mit den Rewards. Auf der Playsi waren die Packs gut. Mal gucken, was es jetzt auf der Xbox für mich gibt. Wir fangen an mit dem rechten, diesmal vorher mit dem linken angefangen. Komma! Auf der Xbox ist bisher auch die Premier League Packs sehr, sehr gut gewesen. Sterling und Aspilicueta. Und jetzt haben wir... Oh! Oh! Der Ronaldo Joel ist da, ne? Guedes! Guedes ist am Start. Vor einem Moment, hat man gehofft, vor einem Moment war die Hoffnung da. Ei, 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 ei. Okay, komm, habe einen Fall mit dir. Und wir öffnen direkt das zweite Pack. Auf geht's. Oh mein Gott, ich dachte Ronaldo, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war zu krass, ne? Das wäre auch zu heftig gewesen. Spanien, RV, Sergi Roberto. Okay, auf der Playsi muss man sagen, auf der Xbox Ernüchterung waren die beiden Packs jetzt nicht so krass. Er ist halt, er hat gute Werte so, overall. Aber er ist halt als Rechtsverteidiger, wenn man einfach Spieler wie Walker und so weiter und so fort hat, ist er einfach nicht zu gebrauchen. Ähm... Ich meine, schon 88 Jährk und so vielleicht im Mittelfeld oder sowas einwechseln, geht schon klar. Aber sonst leider nicht zu gebrauchen, der Sergi. Schade! Gib uns Luck bei Hassos Account. Alter, mach mal diese ganzen Bronze und Silber Packs auf. Du hast noch Gegenstände, um die du dich kümmern musst. Packen wir einfach rein hier, komm. Bei mir kommt eh immer Müll. Pass mal auf, jetzt kommt kein Müll. Jetzt kommt kein Müll, ich seh das schon. Jetzt grießt man. Ich sag grießt man mit Ansage. Ich weiß nicht, ob du den gebrauchen kannst oder nicht. Grießt man, come on! Oblack. Aha! Oblack. Hast du nicht sogar Testegen? Hast du nicht Oblack schon gezogen? Ist das ein Duplikat? Ich hab den schon. Oh mein Gott, das ist ein Duplikat! So Freunde, jetzt holen wir uns auf jeden Fall mal die Rewards ab und ähm... Platz 4, das bedeutet 200.000 Coins, oder? Jo, Platz 4 der Welt. Sehr, sehr nice. Ein ultimatives Team der Season Set. 400k Sets und 200k Münzen. Sehr, sehr cool. Nehmen wir mit und ich werde jetzt direkt die 100k Packs öffnen. Das sechste Team der Season Set werde ich mir, ähm, jetzt wo ich aufnehme, ist es halt Freitag, ähm, 16 Uhr. Werde ich jetzt noch drei Stunden warten, bis das Bundesliga Tots auch in den Packs ist. Dann werde ich das Pack öffnen. Ihr werdet das natürlich alles in einem Video sehen. Ähm, für euch sieht das natürlich im Video so aus, als würde ich das direkt alles hinterher öffnen. Ist aber letztendlich nicht so. Ich fange mit den 100k Packs an. Und... Let's go! Komm mal! Vielleicht kriegen wir einen blauen Schlitz. Das wäre natürlich ein Traum. Hier schon mal kein blauer Schlitz am Start. Es ist... Eriksen. Okay, das ist... Das ist, äh, ordentlich. 88er, ähm, Eriksen von Tottenham. War vor. Einer Woche noch als Tots-Spieler in den Packs. Aber naja. Darüber beschwere ich mich natürlich nicht. Mal gucken, was dahinter noch so ist. Okay, dahinter ist dann nichts mehr. Ähm... Kein 83er, doch. Lopez ist noch als 83er mit am Start. Den packen wir auf die Transferliste. Und nächstes 100k Packs. Komma! Komma! Ein blauer Schlitz! Nein. Schade! 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 Blauer Schlitz bleibt aus. Brasilien, TW, Ederson. Ein 84er, zwei 83er. Und der Rest kann abgeschossen werden. Machen wir weiter mit dem dritten 100k Set. Come on! Blauer Schlitz! Please! Aber es ist ein Inform. Komm! Wait! Wait! Ist das Consigl9? Das ist Balotelli! Okay, 86er. Balotelli ist am Start, Freunde. Nehmen wir mit. Balo, Balotelli. Und Robertson und Coutinho. Das ist ein geiles Pack, muss ich sagen. Zwei Informs plus Coutinho und dann noch ein 84er. Ja, da kann man sich auf jeden Fall nicht drüber beschweren. Was kostet eigentlich der gute Balot? Oh. Oh. Ja, das war Menü-Lag des Grauens. Gut. Korrekt. Fährmann auch noch am Start. Das war ein ordentliches Pack. Mich interessiert jetzt aber schon, was Balotelli kostet. Deswegen gucke ich mal kurz bei Footband nach. Ja, 35k ungefähr. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Absolut Nasenblut muss los, was da gerade passiert ist. Naja. Ich wollte ihn eh nicht spielen. Passt. Come on! Leider kein blauer Schlitz in den 100k Packs. Argentinien, ZIV, Otamendi. Otamendi. Wer kriegen die ganzen Spieler, die letzte Woche schon im Team of the Season waren? Eriksen, Otamendi. Was ist da los? Egal. 85er kann man sich nicht drüber beschweren. Dann noch zwei 84er zu paar 83er. Das ist auch in Ordnung. Die sind ja alle um die 8000 Coins wert, die 84er. Also 9000, 8000 Coins. Dementsprechend kann man sich darüber nicht beschweren. Und ja. Dieses Pack werdet ihr dann nach einem Schnitt sehen, wie ich das öffne. So, Boys. Jetzt ist es soweit. Wir haben schon mittlerweile 21 Uhr. Und das neue Bundesliga-Team of the Season ist auch mittlerweile draußen. Und jetzt kann ich dieses Pack auch öffnen. Ich hoffe einfach, dass ich ein paar gute Spieler ziehe. Wenn dieses Pack nur ähnlich gut ist, wie das von letzter Woche. Das ist auf jeden Fall ein Big-Pull. Und warum ist das so geil? Weil ich den im Team habe. Und dort hatte ich ja Elite-1-Rewards. Da bin ich mega zufrieden. Und 3, 2, 1. Auf geht's. Wir öffnen. Mal gucken, was drin ist. Äh. Der blaue. Der blaue Stütz ist auf jeden Fall am Start. England. Nein. Nein. Wir haben schon wieder Walker gezogen, Freunde. Letzte Woche war ja Walker auch dabei. Ich habe gerade gesagt, wenn es nur ähnlich gut ist wie letzte Woche, bin ich mega zufrieden. Und das sind mal wieder easy. Ja, ich weiß gar nicht, ob der gestiegen ist. Aber letzte Woche war er noch rund 600.000 Coins wert. Und das ist jetzt natürlich ein Duplikat. Aber kein Problem. Kann ich den doch easy verkaufen. Mal gucken, was noch dahinter ist. Wir haben auf jeden Fall Max noch aus dem Bundesliga-Team of the Season. Und ansonsten nur, ja. Ja, das geht auch noch in Ordnung. Mal gucken wir uns mal die Werte von dem Mann an. Ich habe mir den noch gar nicht so wirklich angeguckt. Allgemein das Bundesliga-Team of the Season noch gar nicht wirklich angeguckt. Ist halt jetzt nicht das, was man als Linksverteidiger unbedingt haben will. 84 Antritt halt nur. 80 stärke ich meinen Linksverteidiger. Team of the Season Linksverteidiger. Da gibt es mittlerweile deutlich, deutlich stärkere Spieler. Aber mal so zum Testen. Kann man das natürlich gerne machen. Ich weiß nicht, ob ich ihn testen werde. Und all die hier. Brian ist, glaube ich, noch einer von denen, die ein bisschen mehr kosten. Auch so um den Dreh, wie halt die günstigsten Tots sind für die SPCs. Aber über Walker ist natürlich sehr, sehr nice. Und mit dem Pack verabschiede ich mich von diesem Video. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare, so wie eure Rewards waren. Und ja, ich bin raus. Peace out und ciao.